hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft badwars mit mir tobi und wir essen jetzt erstmal alle äpfel weil tobi kam ja aus amerika und das ist ja fett geworden und wir müssen gesund leben und da wurde aus meinem apfel ein skedett oh das ist aber hey flo was du gerade mal wir spielen ganz klassisch auf dieser map hier an der futuristik das ist futuristik da ist mein rekord eine halbe stunde mit flo war der glaube ich letztens noch ich habe keinen rekord also wie langsam baust du war von der seite ich kann das nicht ich fall da immer runter oder tobi ich baue ich werfe ich flo hier in dem blöcke wieso baust du nicht ich wollte mir hat ein schwert kaufen egal dann ja einer muss das bett zu bauen am besten ich habe noch zehn blöcke dann baue ich ja ich komme zu dir also erstmal nur mit sensor weil man hier das hier so eins so jetzt kann zumindest nicht mehr jeder das bett abbauen ja ist okay gehen die mitte gehen die mitte gehen ja ich hole gerade rüstung ich habe auch schon ein gold rüstung ist unwichtig wir brauchen blöcke ehrlich das gold hierhin ja ja flo wie viele blöcke hast du noch ich bin da okay ich will er schildern und alles gut waren die ich hätte ich hätte ich hätte ich bin da ist noch kein anderer doch er ist egal wenn zurückgegangen zurück ich hab okay wenn einer blöcke hatte die richtigen sehr vertreten so ja es war so wäre ich den Weg wo jetzt kommen ja ich kaufte zwei Bögen direkt nun weiter bis zu dann direkt in die Mitte auch wenn ich nicht so kann Prozent mehr ich kaufe erst für mich aus Rüstung oder ja ja natürlich aber danach direkt oder gib mir schon mal auch einen Bogen am besten oh fuck jetzt kommen sie jetzt kommen sie ich wollte eigentlich ich konnte noch mal viel Gold ergattern ich konnte noch viel Gold ergattern ich konnte noch viel Gold ergattern ja von dem brauchen wir keine Sorgen machen so viel Gold und noch einen Bogen hast du Essen für mich Tobi Tobi? ah ne es geht schon ach so du hast einen Bogen ja ja und für dich hast du aber auch einen ja für mich auch ja wir haben jetzt alle drei Bögen also würde ich sagen gleich ab in die Mitte wenn Tobi das Bett ein bisschen gesehen hat ich hole mir eben noch eine Spitzhacke ja aber nicht mit Eisen wenn es geht oh zu spät naja ich muss ehrlich gestehen gerade als du es gesagt hast habe ich mir die gekauft ist egal okay wollen wir die Mitte holen? ähm ja gleich ja Moment ich brauche noch Essen warte hat jemand eine Kiste schon gebaut? äh ne mache ich eben oh Gott Tobi ich werde sterben wenn ich hier runter springe also muss ich den Endzone einmal abbauen so hä warum hast du denn keine Blöcke? hab ich nicht ich besitze sowas nicht ähm äh ich baue kurz eine Kiste damit können wir hier Gold leider ne ich hab eine ich hab eine achso ja dann stell den mal irgendwo hin weil ich hab schon wieder zwei dann hole ich mir natürlich noch aber ich dachte erst im ersten Moment wir werden gelb wir sind blau ne ich hol mir noch Zwecke genau äh nein oh Flori alter geh weg komm Entschuldigung pfff hat irgendwer noch zwei Gold oder so ok Leute wir müssen uns angefühlen nicht so zu schreien ja aber Flo mann egal nicht schreien ja Entschuldigung Florent jetzt schon vor Tobi das heißt mitkommen ach so ja ich glaub hier ist das ja ja genau Flo dann nimmst du direkt gegenüber von uns Flo nimm direkt gegenüber von uns die Seite ja bei mir ist grad Standbild ne doch nicht ich hab nochmal 8 Gold ok hier ist alles safe keine Enderchests es ist alles safe ne äh wollen wir ein Team direkt machen Tobi das ist so einfach hier scheiße da benutzt glaub ich auch einer die so super hoch baut dann gelb komm wir machen jetzt gelb ne gelb ist tot gelb ist tot ach so gelb ist tot da kommt einer Flo da kommt einer mit gutem mit gutem da was machst du denn warum rennt ihr recht ich bin auf dich zugelaufen da Tobi wo rennst du denn hin bitte so ich wusste gar nicht dass du zu uns geht aus dem Weg Flo nicht hinterher rennen hast du schon ein Eisenschwert Tobi hast du schon ein Eisenschwert Tobi nice kann ich mir auch holen geh tot ok jetzt haben wir ihn sehr schön ok ich hol mir auch mal eben eins oder ähm und Tobi komm wir machen jetzt schon mal ein Team ja Flo nimm mal 4 Gold mit bitte ach zu spät ich hab auch noch 4 hier ich mach grün oder wir ja ok komm wir machen grün vorsicht der hat noch nen Bogen ey Flo du bleibst äh nein Tobi hinter uns ist einer von grün hinter uns komm in die Mitte ja mach den jetzt der will gutes Equip haben ok wow ja lass uns hier lieber zusammen machen kein Risiko eingehen wow das war gefährlich Tobi sorry da ist noch einer was der hat doch nichts der hat doch nichts au äh Torben für dich ist auch geniegend Gold ich kann mir jetzt ein Eisenschwert holen ja ist egal komm wir rushen jetzt grün und kaufen uns da Flo deck unsere Base bleib bei unserer Base bleib bei unserer Base genau komm schnell komm schnell komm schnell ich bin direkt hinter dir Vorsicht Vorsicht haben die den Bogen geh doch weg ja ich bin weg ich seh das halt nicht ob da einer so komm jetzt ich hab Standbild ich bin da ja boah das war gefährlich ja Tobi komm 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 hinterher ok sehr schön und jetzt helfen wir ja dann geh doch weg ok er ist tot lol springt erstmal runter ähm so dann hol ich mir jetzt schnell das Eisenschwert zack getan ok das war schon mal ein guter Start schön actionreich ich hab auch noch mal von Flo ah da kommt einer von Rot wie viel Gold hast du da komm Flo 6 glaube ich oh cool tu mal in eine Enderchess bitte kauf dir mal eine Enderchess ich bin in der Mitte nein bleib zurück Flo wenn du gekillt wirst sind wir am Arsch ach ich dachte ihr geht zurück ja wir wollen hier ne ok egal wir gehen jetzt in die Enderchess ja ich hab dann eine Endertruhe geplantet Flo macht wieder alles kompliziert Flo pass auf wir werden in der Mitte ja mach ich ja ich hau den weg keine Angst ja wir sind jetzt da Flo wir sind für dich da immer wenn du uns brauchst der baut sich hoch genau hat er gesehen lass mir den ja ja klar ich möchte dazu ok jetzt müssen wir ja nur noch auf Rot aufpassen ah ja was möchtest du du hast grad gesagt du möchtest irgendwas Tobi was war das weiß ich nicht hab ich das gesagt ähm Tobi der Tobi ist grad weg wie weg kurz weg achso ok ich dachte weg mit Internet weil er steht grad auch bei mir nur so rum ja ja ok weil das wär echt ärgerlich gewesen weil ich die Runde bisher ziemlich schön finde auch wenn es wieder keine wie von uns gewünscht wurde lange Runde wird mhm ist er jetzt wieder da ah ne das bist du ja gut ich mein hab ich gesagt wir machen mal wieder eine lange Runde ja ich hab ja schon gesagt das wird schwer ähm wollen wir einfach alleine machen Flo nein oh man halt ich finde ganz schön warte ich was macht ihr nein ich möchte mir noch einen guten Bogen holen oder eine Enderpearlow du willst es wieder so schön machen ne pass auf der hinten hat ein gutes Equip der schießt jetzt auch mit seinem Bogen aber er rennt ihn in den Weg wie geil ist das denn ok jetzt alle drauf ich baue Bett ab ja mach das fuck da ist der ok tot ne das Bett ist ja hahaha Flo du hast mir das Bett geklaut ja ich hab ihn einmal getroffen come on come on ich seh ihn nicht oh Gott der baut noch unser Bett ab ey ich seh es kommen ah ne der Tobi hat ja einen Bogen und besiegt uns danach Tobi hat ja einen Bogen scheiße jetzt kriegt er den Mann der rennt eh nicht ah ok ok das war der schnelle also war auf jeden Fall wieder eine lange Runde wie ihr euch gewünscht habt ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ihr lasst trotzdem eine positive Wert und da haut da rein und ciao pfff